Die jazzigen Töne, die wir heute hören, die kommen aus Karlsruhe. Dort hat sich ein Quartett gefunden und die nennen sich Salon du Jazz. Den ersten Titel, den sie uns mitgebracht haben, der heißt No Matter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020